Ja, ich fange am liebsten an auf einer völlig dunklen oder eventuell auch hellen Leimwand und dann ist das natürlich ein Abenteuer, wie sich allmählich die Fläche füllt. Ich kann da noch gar nicht sagen, welches Motiv letztendlich entsteht, aber es drängen sich natürlich meine Themen dann auf. Ja, ich modelliere dann aus der Farbe heraus, dass so ein Gesicht, das heißt natürlich noch nicht, dass das so stehen bleibt, das ist erstmal ein Wort. Malen, das ist suchen durch das Malen. Und erkennen während des Malens. Es kann lange dauern, bis Titus Lerner eines seiner Bilder als fertig erkennt. Er sagt, er habe kein bestimmtes Menschenbild. Das sei ihm abhandengekommen. Und so müsse er sich vortasten. Bild für Bild. So, jetzt sind es zwei Figuren geworden. Ein paar, vielleicht wird auch eine wieder übermacht. Ich weiß es noch nicht. Malen, das ist suchen bis zuletzt. Wenigstens das Thema ist klar für Titus Lerner. Aber es ist ja auch wirklich groß genug. Der Kosmosmensch, das bedeutet für mich die Vielfalt der Möglichkeiten wahrzunehmen. Das heißt die Abgründe natürlich, aber auch die Möglichkeit, sich zu verändern, sich zu erheben in andere Dimensionen. Der Kosmosmensch. Das meint den einzelnen Menschen. Und der ist meist allein und nackt und oft verloren in seinem Kosmos. Er ist frei von allen Attributen. Keine Statussymbole, kein Accessoire. Auf sich allein gestellt, macht er sich auf. Betrieben von den immer gleichen Fragen. Wohin gehe ich? Wo ist mein Platz? Wer bin ich? Und wer bist du? Mann? Frau? Die Antwort liegt auch im Betrachter, im Kosmos des Menschen Titus Lerner. Seit über 30 Jahren bearbeite ich ausschließlich das Thema Mensch in der Malerei und in der Skulptur. Und so erschafft Titus Lerner immer neue Menschen. Ihre Köpfe, Körper, Büsten, Torsi, Menschen aus Acryl oder Bronze, Tinte oder eben Terrakotta. Die Arche des Bildhauers heißt eines seiner aufwendigsten Werke. Diese Skulptur vereint viele seiner Büsten zu einer Reisegruppe. In tiefem Azur. Doch dies ist sicher keine Reise ins Blaue. Eher assoziiert man, das Boot ist voll oder wir sitzen alle im selben Boot. Titus Lerner schickt den Betrachter seiner Werke gerne auf eine Expedition in ungewisse Welten. Doch sitzen wir wirklich alle im selben Boot? Meist ist er allein. Im Boot. Der Mensch. Der Mensch im Boot, das ist ein Motiv, das ich jetzt schon seit Jahrzehnten immer wieder aufs Neue angehe. Es symbolisiert für mich nicht nur meine eigene enge Beziehung zur Natur. Ich bin gerne auf dem Wasser, im Wasser und mit den Elementen vertraut. Sondern es ist auch ein Versuch, die philosophische Suche fortzusetzen. Wie komme ich durch das Leben? Wie umschiffe ich Gefahren? Was trägt mich über die Tiefen? Die Tiefen und die Tiefe des Titus Lerner Die Tiefen und Untiefen seiner Menschen zeigen sich dramatisch in seinen Skulpturen. Sie verkörpern eine existenzielle Ernsthaftigkeit. Von Spaßgesellschaft keine Spuren im Kosmos des Menschen Titus Lerner. Die Tiefen und Untertitelung. Die Tiefen und Untertitelung. Die Tiefen und Untertitelung. Untertitelung des ZDF, 2020